äh, haben wir den Hund? Pepe, ja. Ähm. Ja, der Gouverneur ist tot. Seine Tochter ist sowieso schon lange tot. Die Frau ist ein Monster und aus der Zelle raus. Wo die hin ist, wer weiß. Auserwählte, ihr alle. Bitte sagt mir, was Schokolade zugestoßen ist. Es tut mir leid. Es war mein Fehler. Wegen mir ist Schokolade. Was meinst du damit? Ich, Marble. Lloyd rettete Marble, als sie auf die Icelia Farm angegriffen wurde. Aber... Ich verstehe. Ich habe nicht gewusst, dass meiner Mutter so etwas zugestoßen ist. Es tut mir leid. Ich... Ich vermutete so etwas schon, als man sie auf die Farm verschleppte. Aber Schokolade stand ihr sehr nahe. Was ist aus Schokolade geworden? Sie lebt. Sie wurde auf eine andere Farm verschleppt. Ich verspreche, ich rette Schokolade. Ich will nicht, dass sie wie es wie Marble wird. Ich schwöre es. Ich will dieses Geschäft weiterführen. Auch für sie. Bitte rettet meine Tochter. Ach je. Solche Wendungen hier. Ja, erstmal einkaufen. Wir brauchen... ein wenig Zeug. Wir haben jetzt einige Kämpfe hinter... Wir haben können es nicht mehr leisten. Gut, ich nehme eh 14 Uhr. Magische Augen nehmen wir noch voll. Das ist gut. Ja, wir haben einige Kämpfe hinter uns. Und... Ja. Einiges erlebt. Kann man ruhig zu sagen. Wir haben dann mal eine ganze Stadt von den Designs befreit. Und... Ach, ich nehme den. Und nicht nur das... Ähm... Wir haben dann auch noch direkt die Regierung beseitigt. Nämlich den General... Gouverneur General. Auf Englisch, wie wir das ja ausgesprochen haben. Ähm... Aber jetzt... Er ist ein Vater. Der Skid. Warum hast du Dua angelogen? Ich glaube, er hat mir leid getan. Ich konnte einem Sterbenden nicht einfach sagen, dass seine Tochter tot ist. Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich frage mich, ob er es trotzdem nicht längst wusste. Was? Warum hätte er mich dann fragen sollen? Ich nehme an... Weil er ein Vater ist. Ein Vater. Kein Elternteil ist nicht um die Sicherheit seiner Kinder besorgt. Ob meine Eltern auch so waren? Ja... Das ist eine Frage. So, aber... Ähm... Um jetzt mal aus... Ach, ich habe nur gespeichert. Ich wollte auch noch pennen. Ach, dann machen wir den nächsten auch noch. Äh, wobei... Äh, wir können ja jetzt durch den Pass... Wir haben ja von DOR den Pass bekommen, den Passierschein. Und deswegen können wir da auch durch. Das heißt, wir müssen mit dem alten... Ne, Moment. Passierschein, der wollte uns einen Blick in das Buch werfen lassen. Stimmt, der Passierschein, der war so teuer. Das war... Das ging... Hm, Entschuldigung. Das ging nicht. Das war einfach viel zu teuer. Aber der Blick in das Buch, der fehlt noch. Naja, gut. Machen wir erstmal noch Gerechtigkeit... Und stärken. Chocolat hat uns verlassen, bevor wir erklären konnten, was wirklich geschehen ist. Aber... Was sie gehört hat, war doch die Wahrheit. Aber es war die Schuld der Designs. Nicht deine. Inkompetente, gute... Abse... Was... Was sagst du da? Ich habe das nicht lesen können. Das war zu schnell. Wenn du das Richtige tun willst, benötigst du die Stärke, die nötig ist, das Ziel zu erreichen. Und die fehlte dir. Du warst zu schwach. Wie kannst du dir so etwas sagen? Lloyd war... Lloyd hat... Genis ist schon gut. Ich gebe es nicht gerne zu, aber Kratos hat recht. Ich werde nie vergessen, was ich damals gefühlt habe. Ich werde nie vergessen, dass Mabel und die Bewohner des Dorfes ihr Leben verloren haben. Ja, so ist es. Stärke ist mehr als nur körperliche Kraft. Die Stärke vergeben. Vergehen zuzugeben. Die Stärke sich an sie zu erinnern. Genau diese Stärke musst du besitzen. Es tut mir leid, dass ich das jetzt nicht alles lesen konnte, aber die Geschwindigkeit von den Skiz-Up, die habe ich ja schon erwähnt, glaube ich, ist von mir nicht beeinflussbar. Und deswegen war das einfach zu kurz. Also dann am besten nochmal kurz zurückspulen, Video stoppen und selber lesen die Teile, die ich nicht vorlesen konnte. Äh. Oh je, ich sollte aufhören abends aufzunehmen. Moment, mal kurz husten. So, dann bin ich wieder. Momentan ist so eine Grippewelle hier am Laufen, deswegen, äh, das hat mich auch, ähm, erwischt. Und wir haben noch einen Skiz. Ja, komm, machen wir den auch noch. Die Liebe von Eltern für ihr Kind ist etwas Wunderbares, nicht wahr? So scheint es. Ich frage mich, ob Mama gestorben ist, weil sie mich vor den Designs beschützt hat. Du erlässt dich nicht daran, wie deine Mutter gestorben ist? Ich war erst drei Jahre alt, ich kann mich an fast gar nichts erinnern. Ich verstehe, das einzige, was du tun kannst, ist auch einen Teil ihres Lebens zu leben. Ja. Boah, diese tiefschüften und emotionalen Gespräche machen mich ganz irre. Uäh. So, abreagiert und jetzt Hakonesia-Pass. Wir haben das schon, äh, gehabt hier den Priester, den wir dann so ausnutzen können, um ein bisschen schneller zu reisen. Danke, ich stehe in eurer Schuld und bin euch einen Gefallen schuldig. So, genau. Denn hier müssen wir noch eine Statue besorgen. Na, Karamell. Hehe, ich bin gut, ne? Ähm. Die Statue von dem alten Mann, damit wir in das Buch reingucken können. Aber der Priester war nicht da, aber jetzt scheint er da zu sein. Dann können wir das jetzt mal machen hier. Du bittest mich um die Spiritur-Statue? Ich weiß, es ist eine dreiste Bitte, aber es ist zugunsten der Weltenerneuerung. Bitte, Vater. Wenn es die Außerwelt um Hilfe bittet, werden wir nicht zögern, sie ihr zu gewähren. Bringt mir die Statue her. Ich bitte um Verzeihung. Die Spiritur-Statue ist nur eine Kopie, die ich hier aufgestellt habe. Was? Wovon sprichst du? Ich habe die echte Statue letztes Jahr auf meiner Pilgerreise verloren. Die Pilgerfahrt ist die geistige Schulungsfahrt der Kirche von Mattel, oder? Aus welchem Grund sollte man die Statue mitnehmen? Der heiligen Schrein auf dem Kopf der Statue besteht aus einem Diamanten. Heiligen Schrein, habe ich Schrein gesagt? Naja. Wir nehmen sie immer auf unsere Pilgerfahrt mit, damit sie nicht gestohlen wird. Letztes Jahr nahm ich, wie immer, die Statue der Spiritur mit auf die Reise. Dieses Mal auf die Insel Thoda. Dort ist sie mir leider aus Versehen in den Geysir gefallen. Warum hast du sie an einen solchen Ort mitgenommen? Es tut mir so leid. Ich war so ergriffen, als ich den Geysir das erste Mal sah. Als ich es merkte, war die Statue bereits auf die Felsen auf der anderen Seite des Geysirs gefallen. Verzweifelt, wie ich war, habe ich einen Zwerg bezahlt, der in Isselia lebt und habe ihn eine Kopie von der Statue anfertigen lassen. Oh, das muss Dirk gewesen sein. Das ist eine sehr gute Arbeit, so wie man sie von Dirk erwartet. Paps, was machst du bloß für Jobs? Und nun, was sollen wir jetzt tun? Glaubst du, die Kopie wird den alten Mann täuschen? Das ist unwahrscheinlich. Es ist zwar eine gute Kopie, aber eben eine Kopie, wie auch der Diamant. Hm. Hm. Wie wäre es, wenn wir nach der echten suchen würden? Es ist ganz schön weit nach Thoda. Der felsige Bereich befindet sich zudem auf der anderen Seite des Geysirs, oder? Ja. Machen wir trotzdem. Hallo? Buch? Weltenerneuerung? Was sollen wir denn sonst machen? Hol mal. Ich hole sie. Aus einem Geysir schießt heißes Wasser. Das ist gefährlich. Oh, ja. Du bist dumm, Lloyd. Ich wette, du hast alles vergessen, was wir in Erdkunde gelernt haben. Halt den Mund. Traurig. Wenn wir den Geysir stoppen könnten. Ich habe gehört, dass der Eruptionszyklus des Geysirs von Thoda recht kurz ist. Ich frage mich, ob wir ihn irgendwie verschließen können. Das ist es. Geysir verschließt ihn mit Magie. Mit Magie? Wie denn? Deck ihn mit Eis. Oder so. Okay. Ich versuche es. Was wird ihr nur ohne mich? Zwergenregel 1 arbeitet gemeinsam im Sinne einer friedlichen Welt. Wir zählen auf dich, Herr Oberzaubergenie. In Ordnung. Dann wissen wir jetzt auch. Oder ihr. Ich bin ja der Unwissende, der aber eigentlich sehr viel weiß. Ähm. Ach du meine Güte. Mit Skiz werden wir heute aber überflutet. Wir laufen jetzt erstmal da hinten hin. Entschuldigt. Ähm. Wir laufen jetzt erstmal da hinten hin. Denn jetzt wissen wir ja auch, wohin dieses Thoda-Ding-4. Das haben wir ja jetzt rausbekommen, weil wir ja da jetzt hin müssen. Von daher werden wir das dann auch mal eben machen. Zwischendurch nochmal hier den ein oder anderen Marienkäfer verprügelt. Was ja kein Problem für uns ist. Und wir haben ja auf der Karte den bereits mal... Oh, den hab ich jetzt nicht gesehen. Bereits haben wir den ja markiert. Dort waren wir ja schon. Deswegen haben wir da so einen roten Punkt, wo wir jetzt einfach hinlaufen können. So, zwischendurch müssen wir natürlich wieder die Monster beseitigen. Und auch so gut, nicht? Aber auch das möchte ich jetzt nicht zu lange machen, weil wir Kämpfer hatten wir jetzt doch in letzter Zeit. Deswegen möchte ich jetzt die... Das hab ich glaub ich schon in der letzten Folge gesagt. Oder ne, in der letzten Aufnahme. Das hab ich auch schon gesagt, glaub ich. Dass ich jetzt die Story vorantreiben will. Ah, Genius hat ein Level. Okay, hier haben wir den Stein noch nicht gefunden. Ne, ich glaub hier müssen wir da lang. Dann wird da rumkommen. Zumindest laut Karte sieht das aus. Genau, da müssen wir hin. Lalalala. Ich dachte, vielleicht sieht man den Stein mal. So, aber zunächst... Noch mal kurz einen technischen Blick. Double Demon Fang. Sehr schön. Das machen wir doch gleich mal mit Kratos Demon Fang, Miguel. Steel Agmite. Sehr schön. Also wieder zwei neue Fähigkeiten, die wir lernen können. Ich weiß nicht, ich liebe neue Fähigkeiten. Und jetzt können wir auch mal mit Candy nochmal reden. Hallo, willkommen bei den Schiffsrundfahrten zur Toderinsel. Eine Rundfahrt kostet 200 Geld. Möchtet ihr mitfahren? Aber sicher doch. Vielen Dank. Das ist ein... Waschtub? Waschtub? Wow, das sieht aus, wie es lustig wird. Ich werde hier warten. Geh weiter, ohne mich. Was ist falsch, Professor Sage? Nichts. Ich bin nicht in das Ding. Es sieht lustig. Ich bin nicht in das Ding. Komm, lass uns in das Ding gehen. Ja, Rain. Professor Sage, sind Sie Angst, das Wasser oder was? Ich... Ich habe gerade angefangen, zu sagen... Ah, das sollte Spaß machen. Sure.